Ja, hier jetzt ein Ausschnitt von Das Märchen von der Zauberföte, weil es waren ja auf dem Radweg und dem Kass jetzt im Sommer, Herbst 2023 Drehaufnahmen und hier mal ein Ausschnitt davon. Was hab ich gesagt? Ab in den Süden. Sonnenschein und Wein. Und stattdessen bin ich hier gefesselt an dir und ich hab keine einzige Münze in meiner Tasche. Halt! Dies ist das Reich der Sonne, das Reich Serastus. Niemand wird diesen tun Leben durchqueren. Kehrt um und eure Köpfe bleiben da, wo sie sind. Oh, naja, dann hören wir auf den Mann und kehren um und gehen nach Hause. Wir kommen, um ewigen Frieden zu schließen. Das Wort Frieden aus eurem Mund. Wenn dem nicht so wäre, wo ist dann mein stehendes Herr? Trotzdem komm ich nicht mit leeren Händen. Als Zeichen unserer friedlichen Absicht spielen wir euch unsere Hymne des Friedens, auf das sich unsere Nachfahren tanzend an diesen Tag erinnern werden, an dem wir lernten, Seite an Seite zu leben. Los, spiel die Flöte. Bleibt stehen und wollt es nicht näher zu kommen. Spiel jetzt. Spiel! Was war das? Unser Schicksal. Mein Wolf, Tamino. Tamino, wir werden gefressen. Tamino. Zieh leine, geh weg. Ich bin ein Bär. Ganz her cela ver gearbox legislativ. filling videon. Ich bin ein Bär. Aber ich bin ein Video. Ich bin ein Bonjour.